Meine Aufgabe beim Joshua-Profil ist, dass ich praktisch, ich bin das Zwischenglied zwischen Regisseur und Schauspielerin und ich probe praktisch mit Lina oder habe mit Lina geprobt und gerade so für emotionale Szenen und so bereiten wir bestimmte Sachen vor oder schlagen was vor und das habe ich mit Lina gemacht genau. Ich arbeite mit Erwachsenen und mit Kindern und das Tolle bei Kindern zum Beispiel ist, dass die noch sehr natürlich arbeiten oder was heißt arbeiten, sehr natürlich agieren und dass wir da, dass ich da praktisch einen anderen Anhaltspunkt habe. Also da gehe ich wirklich von dem aus, was da ist. Erwachsene arbeiten viel über Technik, was auch nicht schlecht ist, aber ich mag halt das Natürliche, Authentische sehr und dass ich unterstütze dann praktisch das, was schon da ist und das ist sehr aufregend. Mich reizt besonders an dem Job einmal die Persönlichkeit mit der Person, mit der ich dann arbeite, die ganzen Macken und die ganzen, wirklich auch die Fähigkeiten, das Talent und was mich reizt ist, aus jemandem was herauszubekommen, was er eigentlich hat, weil jeder hat es eigentlich in sich, aber manchmal ist das so ein bisschen gedeckelt oder versteckt und da reizt es mich sehr. Deswegen ist es mir sehr wichtig, auch die Person vorher kennenzulernen, dass ich weiß, wie wir zusammenarbeiten können und das hat mit Lina super geklappt. Bist du auch zufrieden? Ja, sehr, sehr, sehr. Haha, du musst jetzt antworten. Nein, ich bin sehr zufrieden. Also wenn ich mit jemandem arbeite, wo ich merke so, okay, das ist jetzt rein arbeitstechnisch, dann ist das so, aber zum Beispiel bei uns war es eigentlich vom ersten Moment an sofort, ja, das ist halt wie, wenn man jemanden kennenlernt. Es ist da oder es ist nicht da oder es entsteht oder so, aber bei uns war das eigentlich so, also das war ganz, oder? Wie hast du das empfunden? Ne, finde ich auch so, auf jeden Fall sofort verstanden. Bist du froh, dass du jemanden hast am Set, der dir zur Seite steht? Ja, ich bin sehr froh, weil ich auch gerade in diesem Projekt sehr anschlussvolle Sachen zum Teil habe und das ist wirklich, also ich merke wirklich, dass ich das dadurch auch viel besser hinkriege, durch Yvette, dass sie mir da hilft. Am Set sieht es so aus, dass wir meist schon zusammen hinfahren oder abgeholt werden und dann zum Set fahren, dann geht Lina meist in die Maske oder in die Garderobe, ins Kostüm schon, dann ist vielleicht noch Zeit für einen Tee oder so und dann sprechen wir aber schon die Sachen durch. Wir haben aber vorher schon das ganze Drehbuch eigentlich durchgegangen oder die verschiedenen Szenen, gerade wenn schwierige Szenen sind, schon besprochen und dann gehen wir nochmal die Sachen durch, die wichtig sind oder ich erinnere sie an bestimmte Sachen und dann gehen wir manchmal auch schon in der Probe so ein bisschen rein in das Gefühl, also es kommt darauf an wie emotional die Szenen zum Beispiel sind und dann direkt beim Drehen gehe ich wirklich fast als Letzte weg und flüstere ihr noch Sachen oder pieke irgendwo oder sage erinnere dich dran und dann schleiche ich mich raus und dann geht es auch schon los. Vielen Dank. Vielen Dank.